Was ist denn ein Stinktier? Erstmal über den Haufen geschossen, die dumme Sau. Ey, aua, 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 du Arsch. Du Arschloch. Wo war denn das scheiß Nest? Draußen. Ja, wo? Du hast ne Pumpe. Ach, das war hier genau über der Tür. Okay, und nun? Jetzt. Auch. Eine Platte fehlt jetzt noch. Na ja, finden wir bestimmt irgendwo. Hier ist nämlich noch ein Feuerzeug. Ja, das ist aber zu weit weg jetzt ohne Auto. Ich wollte eigentlich da hin jetzt. Viel Spaß, mein Kopf ist da. Na, guck mal, hier. Da ist ein Fass. Da ist ein Fass. Da ist ein Fass. Ja, die haben wir jetzt alle aufgedeckt, ja. So ungefähr. Aber wir kommen noch zu der Mission hier oben. Da ist ein Fass. Okay. 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 Da ist ein Fass. Okay. 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 Wie bist du denn da hochgekommen? Ich habe auf dem Weg gefolgt. Weg? Das ist ein Weg. Ja, genau. Weiter links. Ja, da hoch. Ja, da hoch. Ja, da hoch. Ja, da hoch. Was war das denn? Was war ja langweilig Und das Leute, den hat's voll gegen die Wand quetzt Ich hab von den Bären angegriffen Das war der Bären Ah, da ist noch einer In die Fresse, Junge Das war der Bären Oh, drehen in die Olga Ah, da ist noch einer Oh, ich hab schon wieder elf Punkte Ich muss schon wieder irgendwas verteilen Was machen wir denn als nächstes? Was nähere dich Motorhauben Und halte Steuerung damit das Fahrzeug Bei der nächsten Kollision explodieren? Ja Hey, ich weiß, was ich mit deinem Auto tun werde Du verpisst dich einfach Hey du Hey du Was ist schon wieder? Was hast du? Hat er nicht gemacht? Ich bin jetzt in der Maske gegangen Junge, Junge, Junge Du warst mich fertig Schön, dass du auf unserer Seite bist Oh, das war ja die fette Pitch hier, Alter Junge, was machst du? Was war das? Ich blodiert das Ding? Diese Petsse hier war für die Sicherheit im Chalet verantwortlich Hör auf, Alter Ich laber mit der Alpen Ja, das Ding brennt doch schon Was? Da Gegenüber Ja, komm doch mal schneller Das Ding explodiert, glaube ich Aber ich glaube nicht, dass es explodiert, oder? Was? Und noch ewig Du tötest jeden Auserwähl, den du siehst und legst überall in dem Gebäude Sprengstoff Und dann sehen wir zu, wie das ganze verdammte Drecksding zu einem glühenden Aschehaufen wird Wie klingt das? Ja, jetzt ist das Drecksmitglieder Ich bin für alles Schlaf, glaube ich Das tut schon wieder weh, ey Ach ja Wo müssen wir denn jetzt hin, hier, ey? Ach, da, da müssen wir hin Wo müssen wir hin? Ach, hier Räumungsbefehl, aber das Ach, das Ding haben wir doch schon Nein Klar, den Punkt haben wir schon eingenommen Stone Ridge, Charlie Haben wir schon eingenimmt, aber Let's go Ja, aber die Missionen Ja, ich weiß Aber den Punkt haben wir schon eingenommen Ich hab mir jetzt getrunken Oh, Alter, das ist schlimm Was? Ich hab mir eine Flasche Schnaps getrunken Hey, hey, hey Yeah Ja, das ist eine verdammte Festung Ja, auf der Straße So, dann nochmal raus mit dir So, dann nochmal raus mit dir Was rum, helf? Hall auf, da sind Helikopter in der Nähe Das ist eine verdammte Festung Na, wo geht's doch? Oder her, hier An der Hitsverteil An der Hitsverteil Hey, das hält sich einer mit der Seilbahn ab, Alter So, mit dem nicht richtig Oh, ich bin nervös So, dann nachdem, die So, dann nachdem, die So, dann nachdem, die Ich sehe nur, wie sie umfallen haben. Das sieht so aus, als hättest du alle. Leg die Bomben und lass das Feuerwerk beginnen. Wheaty hat die Dinger etwas aufgepeppt. Also genieß die Show. Sie waren zäh, sie waren stark. Und was sind wir? Passiv, faul, schwach. Kultur und Technologie haben uns nicht verbessert. Sondern in die Knie gezogen. Wenn unsere Arme uns ziehen könnten, würde sie scherzen. Das würde sie krank machen. Und das wäre sie für alle. Wir haben vergessen, woher wir kommen. Wir haben vergessen, wer wir sind. Aber das ist jetzt vorbei. Wir werden wieder Mörder. Wir werden wieder zäh. Wir werden wieder stark. Mal vergessen, das ist jetzt im Keller. Wir müssen in unsere Vergangenheit schauen, weil es das Leben wurde. Au, 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 au! Au! Au, Man! Ohloll, jetzt ist mein Heli explodiert. Oh Gott! Jetzt habe ich gar nicht gecheckt, dass das Helikopter unterwegs ist. Warte mal. Nein, 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 tschau. Hast du es gefunden jetzt? Nee. Da, am Pfosten, oder? Hinter dir. Warte, warte, bleib mal stehen. Ja, da, das ist da. Ja, ich war tot, ja. Mein Heli ist doch explodiert. Zwei, eins. Das denksteht aber noch, ne? Mein schöner Heli ist kaputt. Tut das nicht ein hübscher Anblick. Auf nimmer Wiedersehen. Ich erklär dir mal was, Depp. Niemand kehrt unverändert von Jacobs Stuhl zurück. Ich hab's gesehen. Mit eigenen Augen. Du setzt dich drauf und wenn du aufstehst, bist du jemand anders. Du Wichser. Da wollte ich grad drauf schießen. Das werden wir noch sehen. Jedenfalls gibt es nur jede Menge zu tun. Komm mal an der Wolf Stand vorbei. Und danke, Depp. Für alles. Und danke, Depp. Die Fässer können wir machen, wenn wir dann alles fertig sind. Ja, das können wir dann zum Schluss sagen. Was? Da ist ja eh alles aufgezogen. Da oben ist auch ein Comic mit Feuerzeug. LOL. LOL. Was? Da ist grad ein Flugzeug geflogen, Alter. Und es direkt an einem Baum über mir zerschellt, Alter. Ohne Scheiß, das Licht hier. Was? Keine Ahnung. Hä, du läufst in die falsche Richtung. Wo läufst denn du hin? Hä? Ja, ich dachte wir wollten zum Feuerzeug. Wer läuft doch gerade hin? Nee, du bist grad in die falsche Richtung gelaufen. Jetzt bist du in die richtigen Richtung. Schau, da oben liegt das Flugzeug hier gleich. LOL. Ja! Die ist hier einfach abgestürzt, Alter. Der fährt mir voll hinten in die Karre rein. Oh, der hat ganz komische Pickel im Gesicht. Ja, das war ich nicht. Das war auch so. Das war ein Gegner noch. Das war ein Gegner noch. LOL, ich wurde gerade von dem Bern angegriffen. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Wir sind die Leute mit dem Bern. Wir sind die Leute mit dem Bern. Das ist der Grund. Wollt tun sie mal. Die Leute mit dem Bern. Das war's für heute. Das war's jetzt oder was? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war gerade noch ein Scharfschützer. Das war's für heute. 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 Was ist denn das, äh... Alter, es leit ja immer noch. Das wird er haben, Alter. Isolita ist immer noch. Ist er schlimm? Junga, mach weiter. Mach das immer so mit den Ladezeichen. Ach komm. Hm? Ach so. Auch noch. Ja. Ja, ich mach das dann noch. Ach, ich mach das noch. Was ist das super? Was? Ich решил nicht, wir wollen einfach. Ach so. Ich hab das gestelegt. Ich habe das gestelegt, man kann. Ja, ich glaube wir sollten nicht durch die Gegend porten, Alter, dann lädt das wenigstens nicht so lange. Ja.